so hallo wir machen weiter bei supermario maker 2 das letzte mal haben wir die empfehlungslevel von twex gespielt wo unter anderem das undertale puzzle dabei war und jetzt haben wir drei alina level vor uns und ein rasierer level insofern standen wir mal mit dem rasierer level weil ich das alina level des einer lindern level zum schluss im letzten part gespielt haben machen jetzt erst mal rasierer und dann guck mal es könnte auch sein dass das hier den ganzen part einnimmt ich weiß es nicht muss gucken wie wie sehr ich mir das zutraue dieses level er hat da wohl wieder wenn es als best of bezeichnet hat er wohl wieder von seinem alten und seinen alten der will etwas zusammengesetzt gucken wir doch mal was hier so kommt ist da was drin oder kommt da was unter nein ich hab's verhauen brauchte ich die oder ist das nur für die coins die extra coins ich hoffe das ist nur für die extra coins die extra challenge die ich jetzt nicht angehen werde ich glaube mir reicht es das level zu schaffen dass ich da hoch okay nein lass mich oben alles ist so unschick hilfe da unten ist ein block aber ich glaube das ist nur für leben hoffe es mal hoffe man braucht den nicht bisher sieht das level ja ganz normal aus also ich sollte mich vielleicht nicht so sehr davon ablenken lassen dass es ein rasierer level ist und einfach an das level angehen als wäre es ein normales level es würde von überhaupt niemand schlimmen gebaut wir werden sehen ach ja ich bin ja smb da geht das ja nicht so jetzt kann man gucken aber ich glaube fast ziemlich sicher dass das nur zu einer coin führt ja und die sind ja optional laut bonus challenge text gedingsel insofern werde ich die denke ich nicht einsammeln vielleicht ist das dann auch nur für eine coin am ende aber wir werden sehen versuchen wir das erste mal vorsichtig anzugehen oh gott das war knapp ich dachte schon ich mache quatsch nein hier ist das sogar sehr praktisch weil jetzt muss ich nicht da unten rum haha oh wait die bonus sind das seine sind ja die bonus dinger vielleicht brauche ich die roten münzen ha wir werden sehen so kann ich jetzt hier rein oder ich kann bei beiden seiten rein ok da gibt es ein pilz da geht es hoch da geht es immer noch hoch ok ist das labyrinth ich hatte gerade schon lp ok ach hier ist die 3 ja gut jetzt haben wir die 1 und die 3 ohne dass ich sie wollte vor allem ah ja also das war dann für die für die 3 oh hier kann ich mich einquetschen lassen wenn ich quatsch mache glaube ich werde ich hier zerquetscht ist da oben was nein da ist nichts äh ok hier geht es doch bestimmt auch wieder hoch anscheinend nicht so ich würde gerne einen panzer mitnehmen allein für solche kandidaten hier nice ah und mit allen roten münzen hätte ich jetzt hier einen stern bekommen für den boss äh toll aber so habe ich jetzt äh nur einen panzer oh ich habe direkt den schlüssel let's go oh boy es geht weiter ok 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 aber ich kriege hier immer wieder eine blume das ist ok da war es dann auch wieder blume stirb vor allem ich brauche gar nicht ihn ich brauche am ende ja ich muss aber ihn erledigen um hier durch die durchzukommen nachher uff ok wait 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 what aha nein nicht gut da kommt mein stern und jetzt ist irgendeiner von denen mit Schlüssel oder was ne hä ich muss nach oben fahren oh Mist jetzt ist wieder zu hab ich es jetzt verhauen weil ich nicht durch bin als ich konnte ach und dann sterbe ich hier klar ah Mist ah jetzt kriegt mein panzer nicht mehr da muss ich jetzt einen anderen weg finden den raum hier zu spielen aber ich hab ja hier gar nichts womit ich die pflanze töten kann hä aua kommt da irgendwann irgendwo von irgendwo was geflogen ah ok nein schieb schieb das ding schneller so ich springe einfach ganz viel dann wird er immer wieder nach oben schieb oh weil was ist das denn nein mein gott so ich kriege aber halt leider die blume nicht mitgenommen keine schocks ok jetzt muss ich hier wieder aushalten und jetzt obendurch schneller 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 wait what ach muss ich hier wieder nur aushalten ich muss hier wieder aushalten oh nein gib mir den ich stell mich mal hier und ich glaube hier sollte ich safe sein hier kann mir gar nichts was ja super ok safe spot gefunden muss ich nur auf den P-Switch warten der hier auch noch rumfliegt aua da war er let's go und dann kommen wir zum Ziel ei 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 ok uff uff da spielen wir nicht normal mit ich hole jetzt den Weltrekord ne kein Problem nein um Gottes Willen das spielen wir nicht normal aber es ist machbar es ist durchaus machbar also dass es nur einer bisher geschafft hat verstehe ich nicht ne wenn das selbst so ein Noob wie ich hinkriegt dann ist das machbar hier zwei zwei Leute gut von sechs es haben halt einfach nur der eine hat es einfach sehr oft versucht insgesamt haben es nur sechs Leute versucht also gut da kann man noch ein bisschen das stimmt das kann man auch gleich zweimal schreiben so jetzt Alina Level ähm ich denke wir starten mit sagte ich drei Alina Level meinte ich natürlich zwei ähm mit Joshis Love Story und gehen dann in den Vergnügungspark der nicht mehr existiert Joshis Baby gets kidnapped save it do not move during first part aha ok dann bewege ich mich halt nicht wenn du das so sagst dann höre ich auf dich ausnahmsweise ah das ist ne Story die erzählt wird das ist auch interessant so kann man auch ne kleine Story erzählen Problem ist aber man muss sich das jedes Mal angucken wenn man das Level jetzt nochmal startet ne also ich verstehe das mit dem do not move aber für jetzt ein Replay ist das dann ungünstig weil naja aber als 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 Idee großartig ja man hat vor allem die Story verstanden allerdings hätte ich sie vielleicht nicht verstanden wenn ich es nicht gelesen hätte vorher ich weiß es nicht beim Mario Spiel setzt mein Hirn sowieso aus von daher ah der muss drüber laufen ok ja den brauche ich komm her oh diese roten die sehen in groß sehen die voll bedrohlich aus die roten Augen sick und wie komm ich ah nein oh jetzt bin ich wegen der Münze Mist ah das war blöd jetzt hab ich meine schöne Blume verloren also muss ich rausfinden welche von denen den Schlüssel hat oder es haben alle den Schlüssel ich weiß es nicht und ich hab Glück fände es lustig wenn ich jetzt wieder einfach Glück gehabt hätte da ist Yoshi aber wir wollen ja die Yoshi Babys aber ich brauch den gar nicht wir befreien Yoshi und erst dann und dann die Babys alles klar ab jetzt ist Yoshi im Team ich wollte grad sagen ich hoffe ich muss nicht allzu lang auf den Dingern sitzen wait was mach ich jetzt ach so der kann dieses Feuer auch essen alter was kann der eigentlich nicht essen der Kerl Löcke Löcke kann er nicht essen äh sick dieser Yoshi einfach sick ich brauch wieder nen Schlüssel aber auch wieder richtig schön gebaut ne so thematisches Zeug das ist echt echt schön bei ihr oh ne 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 Das ist das Problem, dass ich jetzt so auf Yoshi landen muss. Oh no. Das geht nicht mehr. Ich glaube, ich muss ohne Yoshi weiter. Sorry, Yoshi. Ich hoffe, ich brauche dich nicht nochmal. Das bringt die Story zwar durcheinander, aber wir schaffen das auch ohne Yoshi. Wir haben alles gerettet, nur Yoshi nicht. Das ist okay. Yoshi hat sein Leben geopfert, um seine Babys zu retten. Das ist in Ordnung. Damit kann man leben. Das ist die traurige Geschichte. Leider geht sie so zu Ende. Und es war fast der Weltrekord. Der aktuelle Rekord. Der ist noch locker schlagbar. Aber das ist jetzt, was ich meine. Ich will jetzt eigentlich das nicht nochmal neu ansetzen, weil ich dann den Anfang wieder anschauen muss. Und lieber würde ich dann doch den neuen Level noch spielen. Wer weiß, wie lange wir dafür brauchen. Abandoned Amusement Park. Der scheint nämlich schon schwieriger zu sein, wenn ich mir die Abschlussrate angucke. Das hier war ja wirklich machbar. Hat auch entsprechend die Abschlussrate. Aber der da oben, bin ich gespannt. Das ist aber auch ein Rätsel,dings anscheinend. Mario bricht in den Amusement Park ein, aber er findet nur zerstörte Fahrten und Geiststoff. Hauen wir rein in die Geister. Lost Places Amusement Park. Jetzt bin ich gespannt, wie sich das alles dargestellt hat. Ich brauche einen P-Switch. Brauche ihn nicht, ich bin groß. Ich bin schon groß. Ich kann das alleine. Ja, da kann man gar nicht rein. Kommt da was raus? Ach so. Ah, jetzt brechen wir wirklich in den Amusement Park ein. Ich verstehe. Geh mal weg da. Wir sind fast eingebrochen. Plupp. Geh da mal rein. Ja, oder auch nicht. Plupp. Ah, ich brauche noch einen. Geh da rein in die Lücke. Geh da in die... Ich habe das Intro verkackt. Muss man erst mal schaffen. Also ich dachte, wir brechen so ein. Aber wir brechen natürlich mit Bomben ein, die direkt davor rauskommen. Das ist auch okay. Ja, nochmal. Das ist aber auch wieder so ein Anfang, der es widerspielen ein bisschen komfortabel macht. Wenn das eigentliche... Der eigentliche Park erst sozusagen hier beginnt. Das ist ein cooles Glücksrauer. Oh, ich fürchte aber, hier sind die nicht optional. Ich fürchte, hier muss ich die sammeln. Aber es wäre jetzt cool, wenn man pro Attraktion... Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia, oh wei. Wie mache ich das denn? Ach so, ich... Ja, so geht es. So mache ich das. Wenn man pro Attraktion... Oh mein Gott. Die hätte ich... Oh nein. Na gut, immerhin sind wir groß und jetzt kriege ich nochmal die andere Blume. Die andere Blume... Gib mir das. Aua. Jetzt. Ich wette, da oben ist auch eine Münze. Pro Attraktion eine Münze wäre so mein Gedanke. Nein! Aber da ist eine Münze. Gut. Das heißt aber auch, wir kriegen erstmal keinen Checkpoint. Okay, das ist das Geisterhaus. Keine Münze. Und da muss ich rein. Okay. Das erinnert mich ein bisschen an... Äh... Hier sag schon, Kirby. Ich gehe hier nicht mehr rein. Oh nein. Okay. Okay, dann kann es ja nur die Tür hier unten noch sein. Es gibt doch einen Checkpoint, aber... Wenn ich jetzt sterbe... Kann halt nicht ahnen, dass da ein Block ist. Alles gut, das kann ich schon, weil da eine Münze drüber war, aber... Äh... Aber ich habe die behalten... Natürlich behalte ich die. Ich bin doof. Ich bin doof. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich bin doof. Ich behalte die Münzen. Dark. Da ist Dark, da will ich nicht rein. Na gut. Das klingt jetzt ein Lichtschimmer. Yes. Oh no. Oh no. Mario, warum gehst du in solche Vergnügungsparks? Geh doch in echte, schöne... Im Europa-Park zum Beispiel. Da hast du tollere Sachen. Keine Geister. Wie wäre es damit? Kann euer Europa-Park übrigens nur empfehlen. Was? Sind das Resetton oder was ist das? Ah ja. Für was? Ich meine, wenn ich hier verhaue... verhaue. Ah, vielleicht, wenn ich das Ding... Wenn ich mit dem Ding losfahre und dann vergesse. Nein! Ja, das war jetzt blöd. Muss ich zurückfahren? So. Wow, mein Gott. Ja, wenn ich... Ah! Wenn ich mit dem Ding losfahre und dann irgendwie runterfalle... und dann kann ich es nochmal losstarten. Okay. Aber cool, dass man zurückfahren kann. Sehr sozial. Sehr soziales Level-Design. Uah! Großer Fan. Okay. So, zum Glück sieht man die. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da runter kann. Also, ob da Boden ist. Weil wenn da kein Boden ist... würde ich den Sprung hier gerade eigentlich nicht versuchen wollen. Aber vielleicht ist da gerade eine Münze dann. Was ist denn hier kaputt? Aua. Gehen da oben wirklich Blöcke kaputt oder bin ich mir das nur... Oh, mein Gott. Also, Atmosphäre kann Alina, ne? Das muss man eher schon... Muss man schon sagen. Das fällt mir immer wieder neu auf. Oh, mein Gott. Was mache ich denn für ein Quatsch? Das war der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um hier loszustarten. Aber ist okay. Eine rote Münze fehlt noch. Ah. Oh, was ist passiert? Okay, ich bin unten. Irgendwas ist passiert. Ich bin jedenfalls unten. Gut. Ach, du Schande. Okay. Schönes Level. Sehr schönes Level. Atmosphärisch toll. Man spürt den Freizeitpark wirklich schön gebaut. So. Jetzt ist mir noch was eingefallen. Irgendwas hat er doch hier auch mit einer Feder geschrieben. Collect all coins from the bonus room with the feather. Das ist die eigentliche Bonus-Challenge. Dann holen wir jetzt doch mal hier die roten Münzen. Nachdem das Level ja doch etwas kürzer war und wir eh noch Zeit haben, können wir jetzt auch mal versuchen, alle roten Münzen zu bekommen, würde ich sagen. Eine ist bestimmt da oben. Eine ist bestimmt da oben. Ich muss nur hochkommen. Aber da wette ich drum, dass da eine ist. Da kommt man auch hoch, weil man nicht ganz so doof ist. Sag ich ja. Und da ist wohl... Ja, natürlich ist da eine. Gut. Das Problem ist aber, die muss ich jetzt jedes Mal wiederholen, wenn ich es verhaue. Äh... Okay. So, Pilz. Pimpimpilz. So, und jetzt kann ich hier auch... Einmal nach oben. Und die holen. So, brauchen wir noch drei. Eine kriege ich am Schluss. Also brauchen wir eigentlich nur noch zwei. Oh, no. Okay. Was ich mich gerade frage, ist, was ist da unten eigentlich drin? Ach, doch. Tatsächlich nur das... Nur das Leben, was ich erwartet hatte. Okay. Hier ist nix. Gut. Irgendwo muss man bestimmt mit dem noch mal vorher hoch. Die Frage ist, wo? Oh, was auch möglich wäre. Nein, okay, da ist nichts. Aber hier könnte halt irgendwo... Dass man da irgendwo hoch muss. Ich muss es testen. Es hilft. Nein, lass es doch liegen. Oh mein Gott, Mario, bitte. Mach es doch nicht immer so knapp alles. Da ist nichts gut. Oh boy. Okay, alles gut. Wir leben. So. Ach ja, das war ja hierfür. Ja, wait. Ich will das aber schon mitnehmen. Oh Junge, das wird jetzt... Das wird ungemütlich. Durch. Okay. Ach ja. Wir sind ja hier in eine Röhre rein und in die andere nicht. Ich möchte ja ganz vergessen. Wir sind ja die obere rein, ne? Ich kann ja dann bestimmt auch hier rein. Nein? Aber ich kann auch hier rein. Ah ja, den Raum kennen wir noch gar nicht. Aber da kriegen wir einfach nur die Münze. Und ganz viel Geld. Also richtig viel. Also. Hui. Oh. Noch ein Leben. Ist hier irgendwas zugänglich? Zugänglich? Nein. Gut. Das heißt, hier kriege ich die dritte Münze einfach her. Das heißt, ich muss hier rein. So. Jetzt war doch aber hier... Hier oben war doch schon die dritte von seinen Bonusmünzen. Ne? Das heißt, ich habe doch die zweite verpasst. Wo ist denn die dann? Das verstehe ich nicht. Wo ist denn dann die zweite Münze? Na, das ist die drei. Das ist die eins. Und da ist nichts drin. Hä? Wie soll denn da die zwei dazwischen sein? Hier ist nichts anderes. Und hier komme ich nicht rein. Das verstehe ich nicht. Hier komme ich ja nicht rein. Das hier ist ja... Keine Ahnung. Deko oder was weiß ich. Oh je. Ich wu... Ich... Ich wusste irgendwann, da quetsche ich mich da. Also Münze holen. Kriegen wir hin. Vielleicht ist ja doch eine von den Röllen begehbar. Anders kann es eigentlich nicht sein. Ja, die musste es sein. Okay, alles klar. Und dann ist hier... Dann ist hier die zwei. Ich kann... Oh mein Gott, ich werde nicht richtig fliegen. Ja. Oh je. Und dann komme ich nämlich bei der roten Röhre raus. In dem anderen Raum wieder. Aber das wirkt gerade alles gar nicht mehr wie eine gute Idee. Ich bin falsch geflogen. Und jetzt werde ich hier gleich ins Gesicht kommen, die Dinger. No! Nein! Ah, wie dumm! Okay. Ich hätte es haben können. Ich war zu ungeduldig. Nein, nein, nein. Das machen wir nicht. Falsche Taste. Wäre jetzt die ganz schlechte Idee gewesen. So. So. Wieso? Oh je. Ah nein, nicht so. Nicht so. Mal davon bin ich doch da gut hochgekommen. Wieso denn jetzt wieder nicht? Ah, die Flugphysik ist im Make-A-Signal. Shh. No. 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 Jetzt passt es wieder. So. Besser. Okay, und jetzt kann ich einfach rüberfliegen. Oder ist da irgendwie wieder was in der Luft, was mir nicht gefällt. Alles gut. Alles gut. Da ist alles, was ich gesucht habe. Nice. Sehr schön. Dann haben wir das Problem auch gelöst. Oh nein, 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 nein. Wir lassen uns jetzt nicht zerquetschen hier. Ich hasse alles. Oh Mann. Ich fliege da hoch das nächste Mal. Oder? Dann wäre ich auch zerquetscht. Dann könnte ich auch zerquetscht werden. Jetzt hat er wieder zu spät hochgezogen. Aber wenn ich das so sehe, also in der SMW würde ich jetzt versuchen, in der Luft zu drehen und gar nicht den Quatsch hier abzufliegen. Ja, nein. Oder dass ich gleich drehen kann und dann... Ich muss ja einfach nur da oben reinfliegen. Aber das wird nicht so funktionieren. Das wird hier nicht so gut funktionieren. Weil hier ist die Flugphysik halt noch viel schlimmer als in der SMW. Und in der SMW ist ja schon schlimm. Nein! Schaffst du, schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Yes! Oh Gott, ey. So, okay. Und hier ist es ja eigentlich egal. Muss einfach nur da durch. Na, das ist ja egal, wie rum man das macht. So. Jetzt einfach nicht von diesen dämlichen Blöcken zerquetschen lassen. Das kann doch nicht sein, dass ich da so einen Quatsch mache. Du musst doch einfach nur warten. Ich habe ja nicht mal Druck. Danke. Shish! Den Zwischenraum hier verstehe ich nicht. So. Gehe ich aber sowas von auf Nummer sicher hier? Ah, ich wollte eigentlich Mist. Genau das wollte ich nicht. Achso, ich komme hin. Aber er ist nicht gespeichert, das ist das Problem. Nein, geht doch durch! Mann! Ah, es hat nicht gereicht. Sonst könnte man jetzt hier auch noch ein bisschen sich die Sachen vereinfachen. Aber naja. Es war weit genug, muss man sagen. Kann man sagen. So, jetzt fahren wir nach oben. Oh, das war blöd. Äh. Jetzt bin ich ohne Stern hochgefahren. Es war noch dümmer. Als alles andere. Aber hier bin ich doch auch safe. Hier kommt doch nicht mal das Ding hin. Ja. Hier ist, hier ist, hier ist die, die Stelle. Hier kommt nicht mal der, der Feuerding hin. Egal was er macht. Der, der, der Balken da. Na, der kann hier, der kann mich nicht erreichen. Ne. Jetzt halt, als wäre das die letzte Möglichkeit gewesen. Der kann mich einfach gar nicht erreichen. Null. Okay. Ja, gut. Ja, gut. Jetzt checke ich das mit dem Bonus, mit der Bonus-Challenge. Er meinte die, die Münzen in dem Raum mit der Feder. Ich dachte, das ist ein Bonus-Raum. Aber, es ist so gesehen gar kein Bonus-Raum. Collect all the coins from the bonus room. Ja, weil, ich dachte, der Bonus-Raum ist der, den ich bekomme, wenn ich die fünf roten Münzen sammle. Verstanden. Gut. Dann haben wir die Zeit doch sinnvoll genutzt. Haben alles hier abgeschlossen, was wir bisher wieder haben. Sind also wieder am aktuellen Punkt angekommen. Sehr gut. Ich kann mich also fürs Zuschauen bedanken. Und, tschüss sagen. Tschüss.